Ich möchte hier mal zeigen, was passiert, wenn man nicht nur auf sein Instinkt hört, sondern auch wenn man allen das zeigen möchte. So, und ich denke mal, ihr könnt, ihr seht nichts, ja. So, kennt ihr noch das Volk aus Hilfe, mein Volk ist schwach, was kann ich tun, wie kann ich es retten? Ich hätte es oben drauf gelassen, Kritiker sagen, nein, warum? Zurecht, warum auch? Auf der anderen Seite, warum auch nicht? So, und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Der Versuch wurde abgebrochen und stattdessen wurde dieses Volk mit dem Volk oder gar nichts gemacht. Es wurde wieder an seinen Standort gestellt und nichts, weiter nichts, nur an den Standort gestellt. Und jetzt schau sich mal bitte einer an, wie sich dieses Volk hier entwickelt hat. Da muss ich doch nicht mehr zu sagen, oder? Also, dieses Volk wird jetzt zum Flugling demnächst, sobald der Boden die Zarge frei ist, wo der Schwarm jetzt gerade drin sitzt, da war ich nicht mehr eigentlich für gedacht. Ja, und das war's auch schon. So sieht das Volk aus. Das war's. Für einen Flugling, um den jetzt zu bilden, ist das Wetter allerdings nicht mehr optimal. Also, das war's, genau. da drin, ich hab' ich da drin und da buy' ich mal. Da bin ich mal. Im puzzler Okay, da bin ich noch gut. Da bin ich ja, da bin ich mal. Es geht um basically. Aus 594-500kmals. Ziehe ich mal. Die nächste Mal. Da bin ich da bin. Carg unter Oxford- undел regional.